So, dann zack. Ja, dann sammel einfach, komm. Ah, ich hoffe, dass der jetzt abhaut. Nee, der kommt wieder. Warum kommt denn der jetzt wieder, verdammt? So, dann... Ach, jetzt kommt der Kack... Das Kackvieh kommt jetzt wieder, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, keine Kohle, ey. Oh, aber ich habe hier schon einige Einheiten, das ist schon mal gut. So, hat man da gesagt. Ach Mann, Freunde, währenddessen träge ich mal einen Schluck, ja? Ah, Wüstentruppen, ey. Kannst du mal abhauen? Ich habe keinen Bock auf dich. Geh weg. Bäh. Sandwurm. Ah ja. So, es soll ja Leute geben, die Sandwürmer essen, ne? Also zumindest in anderen Ländern der Welt. Nicht Sandwürmer, aber die andere Arten von Würmern essen. Äh. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. So, dann fahrt man wieder zurück. Du fährst da unten rein, du fährst hier rein, du wartest. Wir sind hier rein. So. Wenigstens ein bisschen Kohle zurückbringen. Dammt. Kann der mal abhauen. Der scheißt jetzt die ganze Zeit hier rum, ey. Das ist doch nie wahr. Ja, er haut, glaube ich, endlich ab. Oder? Ja. Einheit bereit. Sehr schön. Ja, der haut ab. Sehr gut, Freunde. Der haut endlich ab. Was will der auch hier, ne? Hier gibt's nix. Hier gibt's nur Metall zu fressen. Ah, der kommt schon wieder. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, Freunde. Also so einen penetranten Wurm habe ich auch lange nicht mehr gesehen, ey. Verdammte Scheiße. Kann man den nicht irgendwie mit dem Manneken killen? Oder zumindest verjagen oder so? Geht das nicht? Einheit bereit. Ja, Einheit bereit, aber... Stell die Manneken mal da oben hin. Vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht können... Vielleicht hat der Wurm ja Angst vor den Maschinen gewähren, wer weiß. Ach, verdammt. Der kann gerne abhauen, wenn er will. So. Ich brauche die Kohle hier. Mensch. Stell die mal da hin. Vielleicht bringt's ja was. Also so einen penetranten Wurm habe ich noch nie erlebt. Ganz ehrlich, der kommt schon wieder. Er hat den neuen Befehl. Jetzt hau ab! Ja, natürlich. Natürlich, Freunde. Die haben sich selber abgeschossen, ey. Alter, dieser Wurm. Das macht doch echt keinen Spaß gerade, ey. Aber naja, was soll's. Er haut wieder ab. Ja, okay. Vernünftiges Spielen ist hier nicht möglich. Wenn das so weitergeht. Die ganze Zeit drauf aufpassen. Oh, Mann. Freunde. Der kommt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist klar, wenn hier die ganze Zeit die Würmer rumkraxen. Verdammt. Ja, sowas kann die Mission halt auch in die Länge ziehen. So. Das kann die Mission auch in die Länge ziehen. So ein Scheiß hier. Jetzt hau mal ab. Kein Bock, echt einen Sammler zu verlieren, ey. Was macht der denn da? Was versuchst du? Ja, dann... Keine Ahnung. Lock den mal hier rein. Der Wurm haut endlich ab, Freunde. Oder? Ja, sehr schön. So, mach das mal kaputt da. Uiuiui. Was macht er denn jetzt? Was versucht er denn jetzt? So. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke, Freunde. Oh, da brauche ich ein paar mehr Einheiten hier. Oh, da brauche ich ein paar echt mehr Einheiten. Kommt mal her. Wo ist der Wurm der Crocs noch da rum? Ach, du Scheiße, was? Nur wegen dem einen Manneken. Ernsthaft? Ja, gut, dann kommt mal alle mal her hier. So, mach mal den scheiß Kampfpanzer da weg. Da ist der Wurm wieder. So, sehr schön. Der Sammler fährt nach Hause. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Freunde? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, mach doch mal alles mal weg hier. So, weg, weg. Sehr schön. Weg damit. Mit dem scheiß Panzer da. So. Was soll das denn? Was war das denn? Mit wie vielen Einheiten ist der da hier angeschissen gekommen? Na ja. So. Na, warte mal reparieren, bitte. So, kann ich noch irgendwas reparieren? Hier, ja, die beiden. So. Ja, Wüsten-Truppen. Verdammt nochmal. Oh. Oh, fahr weg hier. Wir haben's repariert. So, dann. Uh, fahrt ihr mal... Okay, der Wurm ist endlich, endlich komplett weg. Einheit repariert. Alles klar. So. Gut, Freunde. Dann. Ja. Kümmert euch mal da drum. Ich stehe nicht. Macht den Scheiß mal kaputt. Wir haben's repariert. So. Du fährst über den Scheiß-Wüsten-Truppen da, ja? So. Alles klar, Freunde. Ich stehe nicht. Ende. So. Die nehme ich wieder für einen Angriff mit. Einheit bereit. Gut. Dann kann ich ja jetzt mal vernünftig wieder spielen, ja? Da der Wurm ja jetzt weg ist. Das war schon echt nervig gerade, oder, Freunde? Das mit dem Wurm, ey. Das war so krass. Dass der hier nicht abgehauen ist. Dass der so penetrant hier rumgeschissen ist, ey. Oh. Mein Spiel ist mal wieder abgestürzt. Na super. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, Freunde. Ja, da bin ich wieder. Ähm, ja. Ich hab's jetzt wieder hier nachgespielt, und, ähm. Hallo? Was machst du da? Päner. Verdammte Scheiße. Da komm ich natürlich direkt wieder zum richtigen Augenblick, ne? Ah ja, jetzt kommt der fette Angriff, ne? Stimmt. Stimmt, jetzt kommt der fette Angriff. Ja, ja. Ich erinnere mich. Da bin ich ja gar nicht mal so weit weg. Was macht der denn hier? So. Macht das mal kaputt. So, diesmal werde ich besser vorbereitet, Junge. Jetzt kriegst du mich nicht mehr so auf mit heruntergelassener Hose. Wobei das nicht gut aussehen würde mit heruntergelassener Hose. Ganz ehrlich. Ich glaub, da würdest du schon vor Ekel sterben. Bei mir. Naja. Okay, das ist aber ein anderes Thema, Freund. So, alles klar. Dann fahr die mal kaputt. So, dann. Bauen wir weiter. Na, ich hab jetzt schon eine kleine Armee hier aufgestellt. Ähm. Ja. Ich musste ein bisschen nachspielen, aber mein Gott. Das ist halt leider so bei diesen alten Spielen, ne? Da gibt's manchmal ein paar Zicken. So, dann kommt ihr mal und mach mal die scheiß Wüstentruppen da weg. Ja, Trikiken-Wüstentruppen ist immer scheiß Idee. Ah, oder so. So geht's natürlich auch, ja. So, dann zack. Alles klar, Freunde. Ist das meine Armee? Richtig gut. Alles klar. So, der Raider, der fährt jetzt mal hier rein, bitte. Ich hab nämlich hier auch noch nicht erkundet gehabt, Freunde. Hm. Vielleicht lag's einfach nur da dran, dass da der fette Angriff kam, weil ich da erkundet habe. Aber jetzt kommt da wieder so ein blöder Wurm. Äh, verdammt. Aber das bisschen Wurm eben, das war schon krass, oder? Dass der da mich da so lange abgenervt hat, ja. So, dann treiben wir da rein. Oh, hier ist die Kohle weg. Na, scheiße. Ja, gut. Freunde. Also, das reicht genau für den Sammler hier. Ja. Dann fahren die anderen Sammler halt ab jetzt mal hier nach links. Hier, genau. Oder? Ah, nee, da ist ne Quelle. Sehr gut. Dann nehmen wir einfach mal den Quad und schießen mal auf die Quelle da. Der geht wahrscheinlich selber drauf dabei, aber, ja. Ah, nee, geht. Geht, okay. Alles klar. So, dann nehmen wir noch einen jeweils dazu, zur Verteidigung. Und die anderen, die können sich mal hier... Ah, schaut mal da oben. Der hat hier schon Teile von der Basis gescoutet. Das ist doch schon mal gut. So, Freunde. Der Wurm ist wieder da hinten. Ah, nee. Okay, ach. Der war noch am Leben. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der wäre schon gestorben. Oh, verdammt. Wurm, hier. Wurm-Attacke. Wurm-Sammageddon. Geiles Spiel im Übrigen. Aber ja. So, dann hau mal ab. Hau mal ab. Scheiß an den Wurm, ey. Haut der ab? Sieht so aus. Okay, dann fahren wir wieder drauf. So, Freunde. Dann noch ein Quad. So, dann fährst du mal bitte wieder hier rein, ja? Äh, einfach mal hier. So. Gut, dann würde ich mal sagen, habe ich jetzt meine Armee so gut wie fertig. Ähm, das sieht schon ziemlich mächtig aus da. Ja, das ist die, das ist der Bereich mit den drei Trikes. Aber die stellen sich immer wieder auf die Position eigentlich. Warum die mich jetzt hier verfolgen, weiß ich auch nicht. Fahr! Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Freunde, ey. Das ist doch wieder sauknapp. Puh. Hau ab. Hau bloß ab. So, dann schieß mal da drauf, dahin. Wenn ich den Quad verliere, das ist nicht so schlimm. So. Ein Sammler schon eh, ja. Aber sieht gut aus. Ein guter Mix, ja? Aus Kampfpanzern und, äh, na, Quatsch. Aber ich glaube, mehr brauche ich hier nicht. Ich mache gleich erstmal die ganzen Sachen hier kaputt. Und, äh, einen Moment. Ich mache nochmal ganz kurz einen Aufnahmencheck. Also bis gleich. Ja, das passt, Freunde. Das passt. Alles klar. Gut. Ja, wie gesagt, das Spiel ist wieder abgestürzt zwischendurch. Deswegen musste ich jetzt nochmal einen kleinen Test machen. Aber das geht, das geht. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel jetzt auf einmal so rumzickt. Das war beim letzten Mal nämlich nicht der Fall. Aber naja. Aber naja. So sieht ja schon mal gut aus. Oh, düstere Mucke wieder hier. Viele, viele Einheiten. 35 Einheiten habe ich gleich. Ja, mach den mal abbrechen. Hm, ich habe keine Silos, ne? Zu wenig Geld. Ja, ja, ist ja gut. Da kommen ja drei Sammler. Mensch, sei nicht so gierig. So ein geldgeiles Stück. Oh, da kann der noch mit, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Genau jetzt kommt der angeschissen. Was versucht der da? Äh! Äh! Wo ist der drauf? So. Hör auf! Wo willst du hin? Dann nochmal. So, alles klar. Dann. Was versucht der da? So. Jetzt. Team 1 ist hier. Zack. So, Spielstand speichern. Immer wieder schön speichern. So, Abutz. Alles klar. Dann fahrt mal hier. Wo ist der scheiß Wurm wieder? Hier. Okay. Ah, der macht sich wieder auf gefährlichem Weg zu den Sammlern. Ja. So, dann macht jemand das da kaputt. So. Alles klar. Gut. Ah. Dann macht jemand das mal kaputt. Ah ja. So, was macht der Wurm? Der kommt gerade da rein. Der ist kaputt. So, dann. Schneller. Geh doch kaputt. So, fahrt mal da rein. Und hier aufpassen jetzt. Der Sammler mal da unten abstellen. So, und dann würde ich mal sagen, mach mal hier die kaputt. Der fährt nach Hause. Alles klar. Das passt. Das passt sehr gut. So, Freunde. So, dann würde ich sagen, haben wir es gleich. Man müsste hier erst mal mit der, mit der Front hier. Oh. Ja gut, okay. Das geht schon. Jetzt fahr da drüber, Mann. Ja, oder? So, da macht er kaputt, da. Der ist ein Schei-Strike da. So. Alles klar. Dann fahrt er einfach drüber. Das kackt Mänikin da. So, sehr schön. So, dann sammelt euch mal da. Ich würde sagen, ich baue einfach weiter Einheiten. So, der scheiß Wurm. Ja gut, passt schon. Das passt schon. Alles klar, Freunde. Weil hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ich schaue einfach mal, was hier ist. Ob hier was ist. Nö, hier ist nichts. Seht ihr? Was wusste ich noch von der letzten Aufnahme? So, dann macht der Makabunda. So, das auch. So, alles klar. Dann auf den Sammler. Sehr schön. Schneller, hat er kaputt. Damit er ja keine Kohle mehr kriegt. So, sehr gut. Aber wenn der Gegner hier jedes Mal neue Sammler kriegt, dann kann man die ja gar nicht ausbluten lassen. Das wäre schon ein bisschen schade, finde ich. Wenn die Gegner jetzt immer neue Sammler kriegen würden. Es kann aber auch sein, dass es nur während der ersten Mission so ist. Dass die neue Sammler kriegen. Einfach so. Ja. Das wäre nämlich schade, wenn es generell so wäre. Alles klar, Kampfmannsler. Fahre einfach mal über die Scheiße da drüber. So, dann würde ich mal sagen, was macht ihr da schon wieder? Was fahrt ihr da unten rum? Alter, diese scheiß Wüstentruppen. So, ich hasse sie. Die machen so viel Damage. So, dann auf den Turm. Alles klar, Freunde. So, dann, das sieht doch schon mal gut aus. Bats. Sehr schön. So, schon halb zwölf. Ich wollte eigentlich heute zwei Missionen aufnehmen, aber ich glaube, das wird nix. Da sich hier diese komischen Aufnahmeprobleme ergeben haben und ich die Mission nochmal ab und zu weiterspielen musste, wird es heute leider nur diese Mission. Allerdings, Freunde, würde ich dann morgen wieder aufnehmen. Äh, jo. Aber machen wir jetzt erstmal die Mission hier fertig. Das sieht doch gut aus. Da sind noch zwei Türme, ey. So, mach doch mal kaputt da. So, Bats. Sehr schön. Einfach über die Scheißmännchen drüber fahren. Bats, ja. Alles klar. Bats. Die Sounds, ey. Ich kann mich da nur wiederholen. Die Sounds sind einfach geil. Die hören sich so übertrieben an. Einfach übertrieben. So, weg damit. Sehr schön. So, Freunde, ja. Ich werde, glaube ich, ich werde, denke ich, mal gleich noch eine Folge 10 Schuh aufnehmen. Weil da kann man das besser einschätzen mit der, äh, Part-Dauer. Sozusagen. Und fahr da... Ach, schade. Egal. So, mach den Bauch weg. So, das brauche ich nicht mehr. Fahr einfach mal auf das Manneken da drauf. Äh, fahr da drauf, verdammt. So. So, alles klar. Weil ich werde gleich eine Folge 10 Schuh aufnehmen. Ein Level. Und dann habe ich auch die beiden Level für die nächste Woche fertig. Also, ich werde dann die nächste Dune-Folge wahrscheinlich, äh, morgen aufnehmen. Dann, ja. Bats. Oh, ich brauche, glaube ich, sogar noch ein paar Einheiten, ne? So, wie das hier aussieht. Mein Gott, nur Manneken überall, ey. Ja, nee, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob ich noch ein paar brauche. Bau einfach mal. Ich wollte schon sagen, warum kriege ich keine Kohle mehr? So, dann mach das mal kaputt da unten. Kack Turm da. Der macht jetzt natürlich alles im Arsch von mir, ne? Ist klar. Bats. Ja, gut. Sehr schön. Fahr da einfach drauf. Ah, der baut, der baut schon gar nichts mehr, seht ihr? Ja, und hier sieht die Waffenfabrik auch anders aus wie unsere. Schaut mal, oder? Ja, ein bisschen. Ein bisschen anders. Gut, Freunde, ich glaub, das war's, ne, mit dem Gegner. Hier, diesen Außenposten, den müssen wir einnehmen. Äh, ja. Den müssen wir einnehmen. Glaub ich zumindest, oder? Pff, Moment. Äh, wo ist hier Auftrag? Hier Auftrag. So. Erobern Sie den Außenposten, okay. Ja, mhm. Alles klar, Freunde. Was? Ihr habt euch selber gekillt. Was? Wieso? Was macht ihr denn da? Verdammt. Ah, ich hab nur noch Kampfpanzer übrig, aber das passt. So, dann. Ich muss den ja nur erobern, ne? Dann zieh den einfach schon mal hier hoch. Ja, die machen auch schön viel damage gegen Gebäude, die Dinger. Schon gut, ja? Die Kampfpanzer. Batsch. So. Ich meine, so viel platt, wie es hier gibt. Oje, Manneken. Ja, Manneken. Die könnten noch nerven, aber das lasse ich nicht zu, Freunde. Das lasse ich nicht zu. Der läuft extrem langsam. Da oben kommt noch ein Manneken. Warte, das ist denn jetzt her? Ha, Batsch. So. Ach, Leute. Fahr da einfach da drauf. So. Ich steh nicht. Dann müssen wir drüber fahren. So. Kack Manneken überall, ey. So, wo ist der Dings? Hier ist er. Alles klar. Gut. Würde ich mal sagen. Haben wir es gleich. Dass die Reste hier platt machen. Und dann das Ding hier erobern. Ich steh nicht. Ah, der hat noch noch das Gebäude. Okay. Und den Sammler hier. Und den Sammler hier. Okay. Gut, Freunde. Würde ich mal sagen. Mein Typ, der hier kommt. Sehr schön. Kann ich noch den Rest platt machen vorher. Das ist ganz cool eigentlich. Gutes Timing. So, dann fahrt man da rein. Dass da immer Manneken rauskommen, ne? Das ist, ja. Andere Spielmechanik hier. Oh. Ja. Die Kampfpanzer, die gehen fast genauso schnell wie die Trikes. Äh, wie die Quatsi mittlerweile. Schaut mal. Also ich glaub doch, ja. Ich glaube schon, dass die jetzt. Dass das, äh, einen Effekt hat. Der Waffenfabrik. Aber wurde mir auch erzählt. Also ich glaub das schon. Um Gottes Willen. Macht euch doch nicht selber kaputt. Seid ihr verrückt? Der geht gleich noch kaputt. So. Macht das Ding im Arsch. Kann nicht so schwer sein. So, genau. Sehr schön. Ja, toll. Was war das denn? Oh man. Okay, dann noch diesen Sammler hier. Ja, ich glaub den kriegen wir nicht mehr, bevor der, der Pionier ankommt. Aber Moment mal. Vielleicht sind das ja schon zwei Folgen. Also ich muss das später mal gucken. Aber, jo. Gut, Freunde. Dann speichere ich das jetzt nochmal. Pion 4. Dann haben wir das auch geschafft. Gegnerisches Gebäude erobert. Und? Jawoll. Das war's. Sehr schön. Jo. Äh, den Gegner haben wir wieder ordentlich platt gemacht. Und wir haben jetzt diese Geiseln und was auch immer befreit. Und sind jetzt Dünkämpfer. Alles klar, Freunde. Die Atreides mussten abgewählt werden. Was? Die Atreides müssen abgewählt werden. Okay. Was heißt das? Na ja, geil. Oh, Freunde. Beim nächsten Mal geht's, äh, das erste Mal gegen die Atreides. Das wird interessant. Das wird verdammt interessant, Freunde. Allerdings mache ich das erst beim nächsten Mal. Jo, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss und werde das zusammenschneiden. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Sehr gerne oder ein Kommentar. Und, jo. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.